Lautstärke-Vergleich zwischen einer beungemoteten Xbox und einer Xbox mit Silent Mode. Hier ist ein 120 mm Lüfter oben im Gehäuse und die oberseite des Gehäuses wurde durch Acrylglas ersetzt. Es bleibt nur noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte, aber die gibt es ja auch in groß. Ich schalte die Originale nochmal aus, dann werde ich mal aufzuquatschen. Und jetzt ein direkter Vergleich mit weniger Zeit dazwischen. Das war's für einiger Haltes Achtung. Ich schalte meine Zeit und darf einiger Haltes Achtung. Ja, das kann unless ich kürze, dass ich kürze, das habe ich nicht. Ich schalte meine Haltes Achtung. Wenn ich kürze, bei всем kürze, grünen Mahle und Kürze, Es gibt nicht viel mehr, als ich kürze, die Doktor Rang hat mich mal bei dir.